Wer kennt es nicht? Man kriegt ständig irgendwelche Papierprotokolle oder andere Dokumente, die man dann in irgendwelchen Ordnern ablegt und die man dann nicht mehr findet. Mit dem iPad gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich diese ganzen Sachen hier relativ einfach als PDF digitalisiert bekomme und auch danach gezielt suchen kann. Wie das funktioniert und wie das vor allem auf unterschiedliche Art und Weise funktioniert, zeige ich dir in diesem Video. Auf dem iPad gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich so ein Dokument hier scanne und als PDF-Datei speichere. Ich kann das Ganze entweder mit der Notizen-App machen oder mit der Dateien-App oder eben auch mit der Kamera-App. In diesem Video zeige ich dir, wie man es direkt mit der Dateien-App scannt. Ich klicke das dazu an und ich habe hier auf meinem iPad schon mal einen Ordner vorbereitet, den ich Protokolle nenne. Hier sind dann vielleicht auch schon andere Protokolle abgelegt. Wenn ich jetzt was hinzufügen möchte, klicke ich lang irgendwo in die Mitte und kann hier Dokument scannen auswählen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, hier einfach das iPad entsprechend zu platzieren. Und man sieht hier schon so diesen blauen Schatten. Es macht automatisch ein Foto, wenn das Dokument erkannt wurde. Ich könnte jetzt auch noch weitere Seiten einstellen. Ich klicke aber mal auf Sichern unten und könnte das Dokument hier jetzt entsprechend auch benennen, wie ich es möchte. Schon ist das Ganze gespeichert und ich kann es dann später auch in der Suchfunktion entsprechend suchen. Eine weitere Möglichkeit mit der Dateien-App eben jetzt Dokumente zu scannen ist, wenn ich über die Suchfunktion gehe. Also ich könnte hier auf dem Home-Bildschirm nach unten wischen und könnte einfach mal den Begriff scannen eingeben. Dann zeigt er mir hier die verschiedenen Optionen an. Übrigens kleiner Tipp, die App Tipps, die ist hier auch nochmal vorhanden, wo ich mir das Ganze als Anleitung nochmal anschauen kann. Ich könnte jetzt hier direkt auf Dokument scannen klicken und komme wieder genau in die gleiche Ansicht, die ich vorhin hatte und könnte das dann auf die gleiche Art und Weise wie vorhin eben scannen und dann entsprechend auch bearbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Neubert zabaient zu GR nu. Auf Wiedersehen. ZEGLE-5